Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es einmal ein kurzes Infovideo geben und zwar bei den Film Jobs, der heute am 27.03.2014 bei uns in Deutschland auf DVD, Blu-Ray und als digitaler Download released wird im zum Beispiel iTunes Store. Die Links sind natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ja der Film handelt über die ersten in etwa 20 Jahre der Apple-Firmengeschichte, also wie Steve Jobs und Steve Wozniak die Firma Apple oder Apple Computers aufbauten und ja zwar nicht über jetzt zum Beispiel die iPhone-Generation, darum handelt der Film in Anführungsstrichen leider nicht. Also man muss schon etwas in der Materie drin sein, um den Film interessant zu finden und für den Normalnutzer oder für den Normalkinogänger oder Blu-Ray-Schauer ist der Film wahrscheinlich oder eher nichts, sondern eher die sich halt mit Apple beschäftigen, die hinter Apple stehen, so wie wir oder für die ganzen Technik-YouTuber, für den ist der Film etwas, auf jeden Fall. Wir gucken uns einfach mal an, wer Regie geführt hat, das war Josh Michael Stern oder Stern, wie man es mal aussprechen möchte. Von dem kennt man eigentlich nicht sehr viel, er hat ein paar andere Biografien auch produziert, aber davon habe ich selber noch keine gesehen. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben. Habt ihr welche von ihm gesehen? Dann die Besetzung ist einmal Ashton Kutcher und Josh Gadd. Ashton Kutcher spielt hier Steve Jobs, hat man bestimmt schon bei einem Trailer gesehen und Josh Gadd kennt man, kenne ich jetzt persönlich leider nicht, spielt jetzt Steve Wozniak, finde ich, kommt sogar relativ gut drüber, wobei eigentlich hätte später ja Steve Wozniak sich ja auch selber spielen können, aber da hat er leider seine Finger nicht im Spiel gehabt. Das Genre ist Biografie und Drama, passt sehr gut, denn es spiegelt sehr oft meiner Meinung nach echt die Gefühle von Steve Jobs wieder, wie er sich wirklich aufgeregt hat und deswegen passt Drama auch und Biografie, na klar, weil es halt über das in Anführungsstrichen Leben von Steve Jobs halt geht. Die FSK ist hier ab sechs Jahren und ja, passt, also meinetwegen hätten sie es auch ab null machen können, weil da passiert nicht viel, das ist halt nur informativ. Und wie gesagt, ab heute auf DVD, Blu-Ray und als Download erhältlich. Meine Meinung zum Film geht, also ich habe ein bisschen was mehr erwartet, aber die Zeitspanne finde ich wirklich sehr interessant, die ersten Jahre von Apple Computers, wie es aufgebaut wurde, wie Steve Jobs die Innovation oder die Ideen von Steve Wozniak halt fand, wie die Ideen, also wirklich echt schön gespielt. Demnächst kommt ja noch ein zweiter oder ein anderer Film, der auch über Steve Jobs halt handelt. Man weiß noch nicht ganz, ob es halt das ganze Leben, also das ganze Apple-Leben in Anführungsstrichen ist oder in etwa die gleiche oder eine ganz andere Zeitspanne, das weiß man noch nicht. Aber wie gesagt, er wird auch ab nächstem Jahr in etwa kommen und darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Mir hat der Film eigentlich recht gut gefallen. Eine genaue Kritik von jemandem, der wirklich Ahnung hat, ist natürlich als erster Link in der Videobeschreibung. Dort solltet ihr auch mal vorbeigucken. Der hat es ein bisschen anders bewertet, aber er vergleicht es ja auch mal mit anderen Filmen. So, das war es zu diesem kurzen Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, kauft ihr euch Jobs? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich sage bis zum nächsten Mal.